Darf ich mich setzen? Ja, bitteschön. Wie geht's Ihnen? Danke, gut und Ihnen. Danke, es geht. Wie heißen Sie? Ich heiße Maya. Und wie heißen Sie? Ich heiße Ahmed. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien. Wie alt sind Sie? Ich bin 20 Jahre alt und wie alt sind Sie? Was glauben Sie? Vielleicht 30? Nein, ich bin 33 Jahre alt. Sind Sie verheiratet? Nein, und Sie? Nein. Und Sie? Nein. Nein. Ich bin Lehrerin von Beruf und Sie? Ich bin Student. Darf ich Sie zum Kaffee einladen? Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich habe heute viel zu tun. Das ist aber kein Problem. Wann haben Sie Zeit? Am Samstag habe ich viel Zeit. Gut, können wir uns um 12 Uhr am Samstag treffen. Ja, gerne. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Danke, es freut mich auch, Sie kennenzulernen. Bis Samstag. Bis Samstag. Bis Samstag. Bis zum nächsten Mal.